schönen guten tag youtube da draußen schönen guten tag an die leute die sich gerade verklickt haben und dieses video sehen und sich denken was denn das für ein affe egal ich habe euch jetzt leider eine woche allein gelassen es tut mir leid aber mir ist jemand in mein auto eingefahren und versicherung anwalt bla bla arbeit nebenjob ausreden über ausreden aber wir machen jetzt weiter ich habe voll bock ich hoffe auch dass man es hört ich habe mir wunderschöne akustik schaumplatten für mein zimmer besorgt zwar noch nicht so viele wie ich brauche aber ich habe ja versprochen stetig besser zu werden und das fängt jetzt beim tun an was ist denn das für ein ton hat meine mama immer gesagt und ich wusste gleich da läuft was schief und deswegen habe ich mich in unkosten gestürzt und ein bisschen was gekauft und ich hoffe man merkt auch gleich ich werde jetzt folge für folge woche für woche ein bisschen sachen ändern monitore umstellen und so weiter ich hoffe man hört es einfach so die gute marschel hat uns in die wartung die zentrale wartung geschickt um schwarz stein prismen zu holen ja so war es und deswegen auch wir haben auch noch vier fähigkeiten punkte legt mich am sack verlängertes übernehmen schild ich mache mal das schild ein bisschen besser machen wir schild besser hier menschen werfen kostet zwei punkte ne halt doch schleudere schwere objekte und gegner wenn sie nur noch über wenig leben verfügen schleudere leichte gegen okay das machen wir also erst mal stärker schild gedutz dankeschön danke danke und menschen schleudern ich mag mal über wenig leben verfügen das ist das gleiche wie vorher aber es kostet bloß eins mehr egal astralwerkstatt was sagst du mir kann ich was neues bauen nein uns fehlen punkte modifikation kann ich da was holen soll ich da soll ich punkte ausgeben einmal das produkt nachladegeschwindigkeit hinter schild auch cool dass das ist mal cool was haben wir hier energie energie regeneration plus 28 prozent geschwindigkeit oder so ähnlich so entropisches echo fehlt uns doch das müssen wir noch finden nichts desto trotz wir müssen in die wartung hier ist die wartung zentrale wartung hammer da was in der nähe da oben ist doch irgendwas ich gehe mal hier in den kontrollraum von daraus wird schon weitergehen ladebalken beeile dich ich habe keine zeit wo ich habe schon wieder vergessen wecker zu stellen ich schaue mal schnell auf die uhr aha aha gut egal ja ja vielleicht so ich muss dahinter sie können alle retten auch wenn ich ihn finde so schaut mal guck sprich sag was elevator muss ich jetzt lang geradeaus eigentlich geht es da geradeaus weiter nö okay hier bin ich anscheinend nicht richtig ach da ich gehe mal hier lang nee das ist falsch ja wahrscheinlich muss ich ein stockwerk weiter runter oder mensch meyer ich gehe jetzt einfach mal da hoch mehr als falsch kann ich nicht laufen da nenne ich halt die folge im irrgarten oder so wo bin ich ja ja aber da ist ein aufzug da ist eine tür geht die auf nee aufzug ist kacka aufzug ist dumm also der nsc kontrollraum ist es nicht muss ich über die fragezeichen hin aber vom training geht es doch weiter hallo ich möchte bitte ich fahre mal zum wartungssektor mal sehen das müsste der erste aufzugslegend sein wo wir das erste mal hingekommen sind falls mich nicht alles täuscht ich weiß es natürlich nicht doch hier ist doch schon mal nicht schlecht hallo welt gehe weiter okay schwarzstein power plant ach da oder blackrock processing alter ich bin so gut dann nenne ich halt die folge doch nicht im irrgarten aber ich habe ein bisschen aber der angst war gut vorsicht explosive ach das ist wieder so ein ding scheiße 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 vorsicht ja gut ich werfe schon zu stark kann ich dadurch schießen ja muss was werfen treffer ich habe es doch gewusst ich muss das ding erstmal zerstören anders was anderes bleibt mir nicht übrig okay vielleicht sollte ich doch erstmal den raketen werfer fuzzi töten das war blöde idee digger ach so war es das kann ich dich jetzt alleine töten bitte sag was sprich mit mir wo flitzt du denn hin da hinten ist doch kein platz ist es tot hat es sich selbst getötet rätsel über rätsel dieses spiel weiß wie man nicht verwirrt so ich habe was piepsen gehört das interessiert mich aber gerade nicht wir müssen weiter dahin hi atlas chamber blackrock processing ok doch mach mal auf das ding hallo hier war ich glaube ich schon mal oder hm mehrere kammern laufe ich richtig ich bin mit dem zugangskorridor also falsch ist es nicht vielleicht ist es der falsche zugang mach mal wieder auf die hütte komm schneller dafür gibt es normzeiten los 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 gut dann laufen wir einfach mal dahin hallo ist hier wer hier ist alles kaputt nö falsch aber ich habe level turbine in raum hallo turbine in raum ok das sieht nicht ganz so aus wie es gehört oder da und jetzt muss ich das rausziehen ich habe angst dass die wieder anspringen war das jetzt richtig oder war das falsch ach ich muss das mehrmals machen ok ich weiß nicht ob ich richtig bin aber wir werden sehen oh ich brauch zwei ich nehme dich mal mit anscheinend oh warte kurz gut dass ich runter gefallen bin es hat alles sein gutes erhöhter durchdringungs zoom schubidubidu ich laufe um mein leben ali hüpf ali spring ali hüpf ah gut ich kann also mit einem gegenstand in der hand swooshen oder wie man es auch immer nennen soll so das schalte ich nicht ein aber das geht doch so wo sind wir jetzt ich glaube wir sind gar nicht mal so verkehrt ah da ist schon wieder ein lichtschalter aber ich will doch nicht ins motel ich laufe erstmal dahinter da 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 ist hier eine kiste zum öffnen bitte sag doch ja oh ok ich glaube das ist ein schnell fast waypoint irgendwo anders wenn ich hier fertig bin oder so gut dann wenn der postbote dreimal klingelt eins zwei und swoosh ich quere das motel hi besser ist das hier passieren komische dinge so das ist wieder mit der klingeln ich schau mal was noch mal offen ist wir kennen das spiel schubidu und schubi da klingeling so hallo tür was haben wir denn hier nichts finde ich gut alle anderen türen sind auch zu ich swoosh mal schnell zu dem raum hinter aber da werde ich wahrscheinlich wieder den schlüssel brauchen hi nö ok so schwer ist das ja nicht zack lalalalalala hallo ein bild ein stuhl akten nein und jetzt ich hasse sowas muss ich immer wieder zurücklaufen und schauen ob es funktioniert hat oder nicht so ok wir haben hier alles zureckgerückt zureckgerückt jetzt ist alles offen bin ich jetzt blöd hi stuhl hi jetzt ist er ok anscheinend gibt es einen code den ich nicht kenne warum gibt es immer einen code eh eh warte mal ich habe jetzt alles zureckgerückt zureck oder weggerückt so nochmal hinterlatschen hallo hallo nö klingel klingel jetzt ist die hintere Tür wieder zu aber hier ach ok das Zimmer ist ja identisch aufpassen aufpasse klingeling klingeling so beide Türen sind offen was haben wir denn hier Radio steht rechts Bild ist gerade Radio rechts Bild gerade der Stuhl war glaube ich raus machen wir gleich mal ja das klang doch schon mal nicht schlecht Stuhl ist draußen und Pflanze ist links schwuppdiwupp Pflanze ist links ok das wird es wohl gewesen sein mein Gott lasst euch mal schwerere Rätsel einfallen verdammt oder muss ich jetzt die Räume noch schließen Stuhl raus rechts Bild gerade Pflanze links ok ach da gibt es noch einen anderen Raum ach da ist der Schlüssel der hat sich jetzt gefördert ah ok gut 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 wir haben es geschafft so aufsperren zack Lichtschalter putz beats und Teleportation da sind wir doch gehe weiter zur Schwarzsteinverarbeitung äh ah Brücke da check check mein Gott also da habe ich schon schwierigere Rätsel lösen müssen ich meine Zelda hat schwierigere Rätsel so machen wir auf die Hütte da 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 ich weiß noch nicht wie lange ich spielen darf ich glaube es sind noch 5 Minuten wir spielen einfach jetzt noch 5 Minuten und bei der nächsten Folge stelle ich einfach wieder meinen Wecker es wird so dunkel hier so hi oh da sind da sind Akten ok wir müssen zur Schwarzsteinverarbeitung gelangen Marshall sagte dort finden wir ein Prisma ein Prisma ich werde gleich mehrere mitnehmen nicht dass wir wieder Scheiße bauen oh hi eh warum tust du mir das an ein Klo bin zwar eine Frau aber vom PC sitzt ein Mann also ich darf in beide rein da da gibt es aber nichts in Klammern denkste so da könnte ich drüber swuschen und da könnte ich hinterlaufen ok swusche mal ha dankeschön was haben wir gekriegt energieschub oh eine rote modifikation hallo hallo nette dame energie ach die ist absolut ja die ist besser als die zweier sieben und neunzehn bedut wir haben ja noch die anderen Dinger gekriegt schildstärke was haben wir hier schleudern energiekosten minus hm 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 sag mal hier soll ich die schildstärke hochschrauben ne komm lass mal stecken da man hier die ganzen zweier und so kann ich ja alle verdatteln die brauche ich ja nicht oder zweier weg zweier weg einser weg zweier weg so dann haben wir hier abgefeuerten geschosse plus vier abgefeuerten geschosse plus vier ach ne da unten steht es nachladegeschwindigkeit hinter schild ja ne verdatteln wir auch wenn es so viel gekostet hat und das ist exklusiv für Stich so da haben wir es äh einmal hier runter gut ich mach mal Schluss für heute ähm ich hoffe die Audioqualität war besser als normal wenn nicht ich werd noch ein bisschen dran fummeln ich freu mich wenn ihr es bis hierher durchgehalten habt war schön mit euch zu spielen und ich sag mal danke fürs zuschauen und bis zum nächsten Mal übermorgen bei Control schaut morgen gerne rein wenn es Wasteland ansteht ist zwar was anderes aber Oldschool ist gar nicht mal so schlecht bis dahin euch eine schöne Woche und tschüss bis dann vorixem über bis dann Untertitelung des ZDF für funk, 2017